Sie sind Ihnen schon bewusst, dass nicht alle stimmberechtigten BDP wählen werden, aber es sind 17 Kandidierende zur Verfügung und es gibt gute Abonnete, denen die Stimme zu geben. Sie setzen sich dabei unter anderem für folgende Werte ein. Das F steht für die Energiewende und hier die Politik der BDP und unsere Parteien. Das F steht für mich für die Grundplanung. Die Grundplanung ist ein Thema der BDP. Das F steht für mich und die BDP für Freiheit. Für mich bedeutet das, anderen sagen zu dürfen, dass sie sich freuen wollen. Das F steht für mich und die BDP für Ruhe. Denn schon bereits 1870 hat Dostojewski gesagt, dass die Tieren nur die Ruhe ist die Quelle für jede große Kraft. Hierfür ist Ihr Verständnis. Das F steht für mich und die BDP für innovative und erfüllende Ideen. Das F steht für mich und die BDP für Schule, für Soziales und für Sicherheit. Das F steht für mich und die BDP für Chancengleichheit. Das liegt mit meinem anderen Vorab. Das F steht für mich. Das F steht für mich und ich begrenze dich. Das heisst, die Menschen des 몰라sten denken und dem emotionellen denken gibt es geist, das wir zu gestern werden. Das Wort steht für die Anliegen der Bürger, wirken von der WTZ jetzt ins Gespräch. Das Wort steht für die Anliegen der Bürger, wirken von der WTZ jetzt ins Gespräch. Das Wort steht für die Eigenverantwortung, die es braucht für eine bürgerliche Politik. Das R steht für Anständige, die gehören zu unserer Gesellschaft und sind Anstand und Vorstand zu behalten. Und wenn Sie jetzt das Ganze zusammenfassen, dann gibt das das Motto der BDP für die Bahn im Kanton Bern, nämlich Erfrischend Handeln. Applaus 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 Applaus